Hallo zusammen, ich bin der Flonat, ich bin Polymechaniker im dritten Lehrjahr. Ich bin der Tomislav, Polymechaniker im zweiten Lehrjahr. Und wir zeigen auch heute den Alltag in der Firma Sulzer Mixpack AG. Bei der Sulzer Mixpack schaffen wir mit modernischer Maschinen und neuster Technologien. Das ist eine CNC-gestörte Drehmaschine, die er schafft auf unterschiedlichen Millimeter genau. Wir erstellen unsere Programm zum größten Teil mit spezieller Software am PC. Das ermöglicht uns die Herstellung von komplexen Teilen. Docs sind eine Simulation des Programms, was später in der Maschine so abläuft. Ich habe mich für den Beruf entschieden, weil ich es interessant gefunden habe, wie aus einer Idee und einem Stück Metall ein fertiges Produkt entsteht. Wenn du technisch interessiert bist, ein gutes Vorstellungsvermögen hast und gerne mit Händen und Kopf schaffst, dann ist Polymechaniker der Prof für dich. Jetzt habt ihr einen Einblick in unseren Alltag bekommen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne bewerben. Ich habe euch nicht mehr容易 gesehen. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Tja. Bis zum nächsten Mal.